Moin Moin und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge The Hunter Classic mit Reaper 2000. Und hinter mir ist reiz, genau. Jo, was wollen wir heute machen? Ganz einfach. Mission offen, wir sollen ein Känguru erledigen. Und dazu nehmen wir gleich hier das Repetiergewehr 270 mit. Die ist neu, muss eingeschossen werden. Und wir nehmen jetzt die 3.7er zum Einschießen. Und natürlich unseren Compound Bone Dragon, Red Dragon. Mal schauen, wie das Ganze wird. Windows neu aufgesetzt, dementsprechend auch. Wo wir erstmal konfigurieren müssen. So, noch gelabert, auf geht's. So sind die Rehe. So, probieren wir gleich nochmal. Mal schauen, was uns erwartet. Achso, da wäre ja noch was. So, mal kurz schnell die über dich von den Tierchen, die man hier erleben darf. So wie man kann. So. So, das andere wie der Riege heruertet. So. 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 Like, trickfen. So, so. So, so. Und der da Und hier ist nix, 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 nix Und hier ist nix, nix 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 Entschuldigung Hat uns schon nix 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine doofe Position Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh ne, voll verrissen. Ah, alles für die Katz. Nö, nicht für die Katz. Na nö, wo ist der Hund? Doch, jetzt hoffen. Na dann. Na ja, ins Boden leuchtet. Oh, doch klackgemacht. Wo denn? Damit sollten wir eigentlich schon die Mission geschafft haben. Ja, freigeschaltet und Mission. Jetzt machen wir die Mission. Ja. 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 So. Verstehe ich nicht. Na gut. Schnell mal nachlesen. Schnell mal nachlesen. Nachlesen, nachlesen, nachlesen. Boah, Alter. Und los. Braunier regelt. Rote Fräsen Känguru. Nein, 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 nein. Schnell mal, rote Fräsen Känguru. Erlegen sie ein nicht aufgeschrecktes rote Fräsen Känguru durch einen Kopfschutz. Hä? Komisch. Ehe eine makabre Mission. Oh, jetzt bin ich in die Waffe eingeschossen. Ein schöner Bump ist im Dach. Meine Fresse. Ein schöner Bump. Ein schöner Bump. So weit das Auge blicken kann. Aber jetzt war uns die Schnee. Mal gucken mal da unten zu. Das ist so einmalig. Oder unten ist ein Schwein. Ganz schön dickes. Ah, ich brauche den. Perfekt. Wo willst du hin? Schade. Entscheiden hätte ich auch gerne. Entscheiden hätte ich auch gerne. Also wenn das jetzt gegen Kopfschutz war, dann weiß ich auch nicht. Warum geht das eigentlich baden? Warum geht das eigentlich baden? Was? Es ist auch schon wieder was. Das ist schon wieder die Waffe. Es ist schon wieder cool. ... mehr dying. Die Waffe rettere sind. Und dann ist das ja schon wieder wie viele Blöcke. Dort. Smbal, in der Nähe ist, weil du nicht die Waffe. Na toll, werde ich da nie rauskriegen. Da, ein bisschen Unlochbücher. Um Außenwasser. Oh, da kümmerlich. Oder so ähnlich. Da, ein bisschen Unlochbücher. 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 So, Mission geschafft. Hier wäre eingeschwunden. Da, ein bisschen Unlochbücher. Da, ein bisschen Unlochbücher. Mal gucken, was da so abgeht. Oder auch nicht. Ach so, wir haben ja noch was. Hier noch ein bisschen Unlochbücher. Da, ein bisschen Unlochbücher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.